hehehe hä? die wird schon sauren ey Bobdrops waren da I remember, ne? Kannst du mal aufhören uns da und an zu lügen? Da sind nie nicht zu wenig da oben mehr Gold Na ja erstmal 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 ja die Wand die geradeaus ist voll belegt die ist voll bewegt Pflanzen, rohes Essen ähm interessant da kommt gekocht das erste Mal das kommt dahinten ich hätte gesagt äh äh Ziez Ziez ist ja hammer Ziez Ziez Diese scheiß Zombie oder mein Finger ist eine Taste zu weit rechts und jetzt habe ich nicht Ziez geschrieben sondern sehr gut Flo bisschen Daumen Ziez Anna ist da Hi Anna Hi Anna So viele Personen hier die kann Profilbildchen witzig haben Beinah nur Beinah nur Oh oh Andy was denn los? Man hört nur so rein Oh oh Wir haben gerade vier Skelete gleichzeitig attackiert ja Schönen wir dort Nacht Schönen wir dort Nacht oder was? Aha Ah Ich höre ein Zombie Ich habe gerade ehrlich gesagt gelesen gekochtes Essen und nicht gekochtes Gekochtes Essen? Ja Aus deinem C ist einfach ein zweites O So Eingetippt Ingelegt Tut's Tut's Uli was musst du immer so schreien oder? Keine Ahnung Ich glaube ich habe gerade fast mein Mikrofon ausgesteckt So Und jetzt erstmal wieder die Höhle suchen gehen Erstmal einen Yo schreiben Weil ich Bock hatte einen Yo zu schreiben Das wäre dann eine Pflanze Schapen sind Feieraspekte Potionkiste habe ich keine Aber immer Baumaterial Das heißt irgendwo brauche ich nur eine Potionkiste Ihr kommt ganz oben So Ja ne Wollten nur Jo schreiben erstmal. Ja ne. Ja doch. Ne ist nicht. Also, es ist nicht ne. Ja, es ist ja. Ja ne. Ja schon. Ja schon, ja. Holziges, ja. Holziges. Denke. Maschinen aka an Furnace. Werkzeug. Da. Ja. Kartoffeln. So, jetzt kommt die spannendste Arbeit von allen. Einfach Eiskaltkisten. Holy shit, wie schnell war ich jetzt eigentlich schon wieder da. So weit ist das nicht, Danny. Ja eh, aber nur mir hat es gewundert, dass ich das Insta wieder gefunden habe. So her, schon wieder ein Skelett. Kling, Kling, Klingeling. Denny hat Angst. Ja. So, das kommt doch nochmal mit drin. Gut. Erstmal heute wieder mit der Negativität, da ein Wahnsinn. Mal happy sein und dann Jo sagen und dann ne. Okay. Oh, da ist er. Hm, die sagt schon die ganze Zeit, ne ist nicht, ne. Warum erstmal? Ist doch so nett hier und so gepflegt. Liegt. Das baut das nächste Skelett hinter mir. Denny so, ja. Was ist los hier, voll die Skelett-Party. Und Redstone. Nice. Na maaaas. Was? Gut. Dann. Bin nicht negativ. Außer grad. Das ist nega erstmal. Ja. Also das mit 1 G, nicht mit Doppel G, Flo. Das macht's dann grad besser. Ja, aber das ist negativ erstmal. Deswegen nega erstmal. Ja, das macht's trotzdem nicht besser. Ach. Du hast ja FaceTime gerade. Oli, bitte nein. Geilste Arm. Wegen die war mal noch gesperrt auf dem Fernsehn. Auf dem Fernsehn. Ja, auf dem Fernsehn. Obendrauf, ja. Ja, auf dem Fernsehn brauch ich eine Zeit. Aber da kriegt man vielleicht sogar noch Rundfunkgebühren. Glaubst du das selber noch? Ne, das glaub ich selber wirklich nicht. Ne, ist mal also, ne. Ne. Es reicht. Denn Reichen reicht's. Denn Reichen reicht's. Denn Reich reicht's. Ralf reicht's. Ne, dem Reich. Dem dritten. Benjamin. Oli, da ist immer noch kein Dach. Ich weiß. Ich will ja... Sagen wir's mal so. Ich hab mir so gedacht, hm. Machst du jetzt Lager fertig, dass du endlich mal das Zeug mal ein bisschen einlagern kannst? Oder machst du hier ein Dach? Für ein Dach müsste ich jetzt erstmal verdammt weit lange rumlaufen. Also mach ich jetzt erstmal Lager. Nachdenk. Hast du nicht halbe Stundenfolgen gemacht, weil ja Weihnachten irgendwo... Ja, das ist... Ne, das ist jetzt schon die... Deswegen, ja. Das ist irgendwo... Cool. Ja, ich will's. Ja, ich will's. Das war... Das war's voll wertetze. Hashtag Wurf. Warum? Wir hatten doch ne schöne Weihnachtsfolge. Wir haben alle... Wir haben gesagt, frohe Weihnachtlich und dann ist alles schön. Nur wenn... Entschuldigung, ich will's wenigstens erwähnen, ja? Erwähnt. Ist doch nicht so, wenn du die Folge davor einen Weihnachtsbaum gebaut hättest. Ja, genau. Überhaupt nicht erwähnt. Genau so darum ging's. Vor... Eine Folge vorher einen Weihnachtsbaum gebaut. Jetzt haben wir einen Weihnachtsbaum dastehen und... Am 31. Doch dann dann abfackelt. Ey. Das ist schön. Kannst du das so timen, dass wir wissen wann der 31. ist oder... Ja, sag mal's mal los. Meine Fresse, was ist denn das jetzt? Ähm... Wir nehmen jetzt schon wieder... Also eine Stunde, drei Folgen auf. Das machen wir bis ungefähr 19 Uhr, weil Danny dann weg muss. Äh... Ich hab mich verlaufen. Und da ist ein Endermann. Nicht in die Augen schauen. Nicht in die Augen schauen. Ja, Endermann möglichst vermeiden, solange du noch kein Schild und eine voll verzauberte Diamantrüstung hast, weil Endermann sind böse. So, wie... Wie viele Tage ist, äh... Sylvester von Weihnachten entfernt? Sieben. 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 Okay, sprich mal die erste Folge heute war zu Weihnachten, dann ist die zweite... Ähm... Also brauchen wir dann die beiden Folgen. Sprich, ähm... Wenn wir's... In der dritten Aufnahmestunde, äh... Die erste Folge. Müsste es dann sind. Weil ich schneide die ab Weihnachten wieder alle 20 Minuten, weil das wird mir sonst zu viel... Bin ich denn hier? Egal, ich weiß nicht was... Ha? Durch das ganze Labern hab ich mich grad irgendwie, ähm... Verlaufen. Also ich hab grad den Chat gelesen und bin grad noch verwirrt als vor... Kann man sich Minecraft für CD kaufen? PS4 gern schon. Dann noch Version auswählen. Ja, ja, das gibt's für, äh... Version auswählen. Wer will denn... Ja, aber... Auf PS4 schon, auf... Auf... PC gerne. Xbox gibt's das noch. Ja. Das Baumaterial... Jetzt sieht das aus... Ich leg's mal unter Baumaterial ab. Und er folgt mir. Hallo, danke. Danke für's folgen. I guess. Äh... Für PC... Sagt er. Für PC glaub ich eigentlich nicht. Nein. Ne, das klingt eher etwas, äh... Ich muss den Chat runterladen. Wir ändern meinen gemaußen Weg da. Danke. Soweit ich weiß, gibt's da keinen CD Release. Ich mein, vielleicht gibt's irgendwo eins. Wer weiß. Aber... Irgendwann gab's mal ne Demo. Das, das weiß ich noch. Irgendwann haben sie mal ne Demo released. Ähm... Aber das war irgendwo zu Beta-Zeiten, also... Schon ne Weile her. So, ein paar Jahre. Noch ein Bucket? Wieso hab ich denn zwei Buckets? Wenn du was zu fragen hast. Und noch ein Follower. Jo, danke fürs Folgen, äh... Langer Name mit El am Anfang. Ich will gar nicht sein. Ich hab ihn komplett durchgelesen und dann hab ich ihn sofort wieder vergessen. Das ist... Das ist mein Hirn, ja. Das ist so ungefähr wie mein Hirn funktioniert. Ja, man muss ja immer noch sagen, gestern war Sonntag und ähm... Ja, ich hab vier Stunden Schlaf ungefähr, Intus, also... Sock doch einfach, heute ist Mosik. Das klingt besser. Ja, heute ist Montag, das stimmt, ja. Allein schon so ne Erklärung. Na, wir konnten uns aber gestern nicht ausruhen eben halt. Also, du. Normalerweise benutzt du ja den Sonntag immer, um so schön BAM AFK in dein Sessel zu sitzen. Das heißt, ich bin BAM AFK im, äh... Ah... Worüber hab ich geredet? Ich hab grad angefangen den Chat zu lesen. Siehst du? Ich hab grad kurz den Chat gelesen und dann war's so... Was? Ne, ich bin halt bei dir den ganzen Tag im Bett gelegen, weil ich bin erst um vier aufgestanden gestern. Und da war noch Holz drin, hoppala. Ich glaub heutzutage ist es eigentlich am einfachsten, wenn man Minecraft eben Teil... Wenn man kein Paypal hat, wenn man zu jung ist und so weit, einfach mal wirklich die Eltern zu fragen. Gab's da nie ne Paysafe-Karte mit der man sowas kaufen kann? Ich glaube ne Paysafe-Karte. Oder geht das für Minecraft nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob man das in Paysafe-Karte kaufen kann. Danny müsste es wissen. Danny kauft immer so ein Paysafe-Karte. Minecraft-Karte. Minecraft-Karte. Minecraft-Karte, keine Ahnung. Das hat man mir vordert, wenn man's kauft. Ja, bei mir war's nicht anders, weil ich damals auch noch kein Paypal hatte. Wo ich 18 war. Kann mich nicht erinnern. Ich wusste nicht, was die Paypal brauchte. Das fing wirklich erst so an, wo ich, ich glaub so 20 war und so weiter. Da hab ich mir langsam Paypal geholt aus dem Prinzip her, ähm... Ja, ich meine, Saufen, Rumhuhren und so weiter. Waschen langsam nischt mehr, wenn du das zu oft gemacht hast. Hm. Nee, äh... Texto... Ist nicht. Ist äh... Privat. Erstmal so, benutzen wir heute mal nicht die Abkürzungen. Zumindest nicht, wenn das gefragt wird. Nee, 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 nee. Holz. 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 Muss man so, irgendwann könnte man vielleicht Shall-community-Sherber machen. Aber dann erst so schön. Erstmal verwendet include Abkürzung. Nix. Ausrufezeichnung IP Das kann ich mehr jetzt bieten. Da hat mich jetzt, nee. Da steht so auch voll freundlich drin, also hier. Krankzutaten. Zucker ist erstmal sofort Krankzutat. Da geht nicht. Ist das so kurz ne Trank zu tun? Willst du nen Speed-Tank machen? Ist das auf jeden Fall ne Trank? Was machst du denn trotzdem? Hä? Ja ne, da gibt es keine Ausnahmen. Sorry, mate. Aber nee. Außerdem eigentlich nicht mal mein Call, das ist eigentlich Ollis Call. Was für Leute drauf kommen. Weil du nimmst auf, dass es für mich von der Priorität wichtiger als streamen. Genau so und nicht anders. Trim. Aufnahmen, das ist immer so. Seht eigentlich Schnee als Baumaterial? Ja. Oh shit. Ich haus mal das Baumaterial dazu. Okay, verpiss dich Hexe. Was würdest du sonst machen? Ich meine, mit Schnee kannst du bloß höchstens bauen oder? Struggeln. Ja, oder Struggeln. Ach da oben ist Froschisburg. Ich dachte schon, ich hab mich übelzig verlaufen. Und wie komm ich da jetzt raus? Mit zwei HP? Ähm, was essen? Ich hab nichts mehr zu essen. Das ist das Problem. Na gut, er hat Rotten Flash, 25 Stück. Siehste? Der Moment, wenn. Wart mal. Der Moment war mein Leiter nicht. Rotten Flash an keine Vergiftung mehr. Äh, das ist eine Prozentanzahl, dass sowas passieren kann. Ja, Glück. Äh, das ist 80% oder so, dass du dich ankotzt. Du wirst ja nicht vergifte, sondern du kriegst ja bloß Hunger. Äh. Ich hab drei Name-Tags? Wo hab ich die denn hier? Uli, hast du mir Name-Tags zugesteckt? Nein, ich hatte sehr Wotspire. Ich hab noch keinen Dungeon gefunden, das mein ich. Keine Ahnung, wo du die hast. Ja, mein Kisten-Wahnsinn. Ist schon wieder dunkel, Leute. Ja, ich weiß, darum renne ich grad zum Bett. Wusst du das? Ja. Bist du dir sicher? Ja. 100%? So, halt die Fresse. Wieso denn? Weil grad zwei Creeper und zwei Bogenschützen vor mir sind. Bogenschützen? Ich mach nur einen Bogen drum. Ach so, mach mal auf dem Lama einen schwarzen Teppich. Nein. Die kann ne Gov-Lamas groß. Das ist kein Gov-Lama, Junge. Ah, oder Nemo. Der kriegt ne Pixel-Brille. Das ist schön. So. Diamanten! Ah! Tropfst du unabsichtlich in ein Loch runter und dann sind Diamanten. Lolix, ist schon im Bett? Ist das ne Antwort? Jetzt schon, ja. Guckt mal, ich hab Diamanten! Moin! Moin! So. Moin! Meine lieben Freunde zu einer neuen Folge von Froschi's Steelcraft. Da schaut niemand zu. Ja, bei Froschi's Beauty Palace. Ja. Warum nicht? Wegen dir. Aber ich bin doch wunderhübsch. Ha! Ich glaub, das wird so sein Gay, oder was? Sollen wir mal das Loch verkneifen müssen? Und den Gay hast du nicht verdient. Awww. But why? Oh Gott, nein. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Nein. Nein. Mine-Card, ja? Maschine oder Werkzeug? Maschine. Werkzeug. Danke für die Hilfe. Ich leg's dir zu den Rails, weil dann weiß ich wieder nicht, wo sie herkommen. Ja, das klingt ja eigentlich besser, ne? Je nachdem. Na ja, wo benutzt du denn Mine-Card außer bei Rails? Ich mein, ich find ja cool wie ich eine Kiste, also wie ich zwei Doppelkiste hab für Baumaterial und die eine ist schon fast voll, weil ich einfach so viel verschiedenes, also Baumaterial klassifiziere. All die Bricks, das ganze Neta-Scheiß-Zeugs, die Carpets, Baumaterial. Der arme Neta. Der ist gemobbt. Der wird da einfach mit eingelagert. Ach, geh verpiss dich scheiß Skelett. Wir reden grad drei Skelette hinten noch. Da hat Zombies. Sie kann nicht sprinten. Geh, geh. Ich stimme das grad so vor, so dieses, wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Dann die so, nein! Hilfe! Alles klar, hier erstmal. Hatte sie sich jedes Mal verschanzt? Warum das Schleimpol jetzt her? WTF? Plötzlich Schleim. Dieser Moment, wenn plötzlich Schleim. Eine kleine Geschichte über Keltene. Ach, das ist scheiße. Okay. Das ist nicht so, wie du es machst, mate. Too bad. Jetzt überleg. Weiß, wie machst du da? Wir müssen wieder streben. Dreben? Dreben, ja. Wenn du heute Abend nicht weg... Wie lange musst du eigentlich heute Abend wieder weg? Ein paar Stunden, oder? WTF? Zwei Stunden, oder so? Dann kannst du heute Abend ein bisschen Overwatch mit uns zocken und spielen. Ja. Ja. So lange, bis ich bewusstlos verschwinde. Ja, genau. Bewusstlos. So nennst du das halt. Ja, was sie hier schlafen nennen, ist im Endeffekt immer bewusstlos rumliegen. Soll ich das jetzt rechts eingeordnet? Links fängt man an. Rechts? Ja, was? Du hast die richtige Seite aus. Immer dieser Österreicher, Alter. Ja, natürlich. Ja. Weiter. Ja, klar. Denn er erschreckt sich jedes Mal von seinem eigenen Gesicht. Ja, nee. Bis klar. Dann eher die Zombies, die was wir grad durchrennen oder nachrennen. Dann musst du mal einen Aufgang bauen, und dann sind schon wieder Zombies hinter dir. Ja, von vorher hast du ja abgekankt, die anderen rennen da schon wieder nach. Was dafür heißen. Jetzt geht's noch weiter runter. Ich baue grad meine Felder ab. Ich fühl mich wohl. Was ist schön. Und bei mir kommt grad ein Flugzeug im Hintergrund. Hör man das? Ne. Ich glaub schon, dass man's hört eigentlich. RTS zumindest nein. Also meine Form macht sich auf jeden Fall schon mal richtig gut bezahlt. Ich meine, klar, man könnte die so wie sie jetzt aufgebaut ist, noch richtig schön automatisieren. Mit, ähm, Pisten und so'n ganzen Scheiß und'n Knopp. Da hat's doch grad gebinkt. WTF? Was binkt dich denn an? Wieso hab ich braune Wolle unter Holz einsortiert? Braun muss Holz sein. Weißt du, das war von so'ner Glocke. Doping. Doping. Das weiß ich nicht, Daddy. Das klingt sehr kryptisch für mich. Doping für die Haare. Nur für die Haare.